Gott singen Okay, wir sind die ABs und chillen hier gerade zusammen mit den Disco-Six und dem Chaoten-Klan Und als Gaststarz sind hier noch die Elbcore-Posse und schaltet Licht ab, es läuft gerade Freestyle Letzte Woche hatten wir Easy Business aus Hamburg hier im Studio Heute haben wir wieder ein paar Nordlichter da, die absoluten Beginner aus Hamburg Wollen wir die Fan-Gemeinde auch nicht vergessen, irgendwie, oder die allgemeinen Dazugehörigen, die noch dabei sind Bevor ihr richtig angefangen habt zu rappen, kann ich mich entsinnen, irgendwie hattet ihr schon eine politisch fundierte, feste Meinung Und bevor die Rhyme-Stils richtig da waren, war auch von der politischen Aussage und so von dem sozialkritischen schon alles da Wie seid ihr überhaupt zum Hip-Hop gekommen? Ich denke mal, es ist bei jedem verschieden gewesen Also bei mir war es halt so, dass ich irgendwelche Platten aus den USA toll fand Und wenn ich die dann irgendwann reingezogen habe und die Styles und das fand ich alles cool So eigentlich nur Outfit-mäßig und das hat eigentlich so oberflächlich so angefangen alles Und dann haben wir uns halt alle so getroffen, so gechillt und hatten Bock irgendwie Musik zu machen Und bei Eisfeld, da hat er halt immer schon so ein bisschen Equipment zu Hause Und so hat das angefangen und er kannte auch ein bisschen ein paar Leute Er hat ja auch früher schon da so Zeitungen gemacht und so Und so sind wir dann auf den richtigen Weg so gekommen und haben angefangen, jetzt Musik zu machen Du bist derjenige, den ich früher schon, Eisfeld ist derjenige, den ich früher schon auf euren alten Postkarten gesehen habe Mit einem St. Pauli-T-Shirt Wie sieht das aus irgendwie? Ich kann mich auch noch an Hafenstraßen-Sprüche und so weiter erinnern Ah, er hat sogar an, wie immer Klar, ich meine, also wir wehren uns, wenn es jetzt schon wieder, jetzt werden wir schon wieder darauf angesprochen Wir wehren uns ein bisschen dagegen, dass wir immer so die Punks des Rap sind und so weiter Also es wird immer in den Medien so hochgepusht, weil wir irgendwie ein Image brauchen, wie jede Gruppe Und dann sucht man jetzt so die Punks irgendwie zu finden Aber ich meine, das Ding ist einfach, wir sind einfach, wir haben mal Bock was zu sagen, was Aussage hat Und reden halt nur über das, was uns wirklich angeht und nicht über Party so in unseren Liedern Und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwie aus Hamburg kommen, wo es die Hafenstraße gibt Oder wo es ziemlich ein hohes Potenzial an Linken gibt, sondern es ist einfach so entstanden Alles klar, jetzt sehen wir die ABs erstmal live und dann geht's weiter Okay, die absoluten Beginner mit der gesamten Hamburg-Posse heute bei Freestyle Dieser Song hat dann alle Musikmedien, die sich kaufen lassen und die nur für wahre Müsse Musik wäre ich der Verfassung, deshalb kommen die Beginner und zerschlagen die Show Noch halb vor, er muss denn mehr noch einmal richtig aufs Klo Ich gehe mal davon aus, dass es reell ist, was man erlebt, so sind die Medien ein Spiegel dieser Realität Doch wusste hier, dass das was hat, uns aber groß ist, noch größer macht Deslang zieht man sich mit der Füße und darüber wacht sich Da kauft sich eine Platte, gut verkauft sich Ja, das war am besten, dass der am besten verkauften Star drauf hat Ja, so läuft das doch immer Meine PC hat Färbung mit der Füße, die Funke, da und das wird noch schlimmer Der Martin, der Beginner zeigt hier auf die Gewinner im Dreck Große Firmen, denen das Medium die Füße leckt Kleine Kofi, jedoch mit gesunden Proportionen werden kranklich Spiegelsimmel-Siegel am Medienprinzip Okay, ich steh nicht drauf, seh mich nicht drauf, bin nicht drin, bin nicht drin, alles da, Mann Doch dann, ich kann schlafen, schwimme auf den leeren Schreibtisch Der Journalist macht den Lippen frisch, bis er erlöst Und manchmal, manchmal mehr, als dass er fotografiert will, ist eine Vorstellung Aber statt das, was passiert, er ignoriert, was man dazu macht und probiert Die Tatsache voltiert, bis sie ihn fasziniert Und er kommt so wie Verdauber für die Zeit, und dieser Tier hat Es wird überschaubar und sich selten im Platz Und wenn wir, hier, sind nicht zu beneiden, wir werden immer 16 bleiben, doch wir leiden Wir waren diesen Mal das schon längst entfahren, als ein Journalist hinkst Dann kam und sich nicht nur vornahm, von den Autologen, Christophs aus Hamburg zu ersehen Die sich über seinem Serviette und Diktate abdrehen Und sich nicht nur in den Supernichten, sie legen das an, ihr sagt, was ein Beginner nicht mag Hey! An uns! Und dies ist passiert! Und der Chaot, der Kram! Hey! Und es tut! Bist du ein Musiker und willst mit deiner Musik hoch hinaus? Ja, dann reicht doch so gut der Musik zum Erfolg allein nicht aus Denn du brauchst noch eine Million, womit man dich vermarkten kann Nun sind die Medien dran, der Melser zahlt, nimm dich da mal an Packen dich in eine Schublade mit nehmt die Kette auf Und bei zu engern herein machen sich für dich der Neue auf Und euch kommt immer gut Vor allem, wenn es das Geld kriegt, jeder Fuß bringt nen Bericht über dich, damit auch er sein Geld kriegt Die Medien sind die Nutzen der Plattenindustrie Was gehören sollen oder nicht, das erfahren wir durchs Wieder in der Medienwelt Und Geld wird lang an dich verlassen, noch verweht, damit der Platz der Verkauf und die Auflage in die Höhe stellt Verdrangend ist die Qualität vom Winterfried Wenn das Urteil besteht, nur aus der Verkaufsintensität Es geht von Überrufe zu den Bürger wie Respekt, jedoch an alle Untergrundfans die An alle, die kontinuierlich auch weg, die schreiben und Hau tätig auf den Boden, la Tatsache Denn bei mir mach weiter und verregle sie bei den Untergrund Damit dieses Land sich an die Gesprache niemals verstummt Was ein Beginner nicht macht 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 Vorruhe, weil du bist über Unruhe Verständnis kriegt man durch die Medien, doch meine Erkenntnis ist eine andere, denn ich wandere auf einem bestimmten Pfad und ich kann sehen, verstehen, was die Medien taktisch nicht verdrehen. Der Journalist schreit, der Journalist berichtet, über das was hin ist, mit nichts zu gedichtet, vernichtet wird so, dass wahre der Kern wirklich benichtet, denn der Kern ist ihm nun mal scheißegal. Nur die Marazine, die aus dem Untergrund des Kommens Zeit- und Geld investieren, lernt auch verlieren, haben für mich gewonnen. Ich meine nicht nur Hip-Hop, alle gut tun jede Musik, oder Tess, der Sven mit Schmerz den Kommerz besiegt, hey. Fast alle anderen schreiben mit Kompromiss gescheit und hier mit ich, der meine es ist, ihr wisst wer ihr seid. Ich meine es ist halt so, dass fast alle miteinander ne große Masse wollen. Ich höre auf Klärung und Belehrung, bleibt halt manchmal scheuen, ich dachte und direkt, plätsch eure Zähne, unberechenbar. Zertwärtschen und die Block und die Kamera, Musikmedien, ihr könntet so von Nutzen sein, berichtet richtig oder lasst uns ganz allein. Okay, Ambo-Possi! Okay, was wir gerade eben gesehen haben, waren die ABs live und die ABs haben gerade diese neue 12-Inch raus. Die heißt Ill Styles, ein ziemlich wickedes Graffiti-Cover hier. Okay, was für Texte und was für eine Lollisch kickt ihr auf jeder Platte? Okay, wir haben drei Lieder. Wir werden jetzt jeder über ein Lied etwas erzählen. Ich erzähle etwas über das Lied, was wir eben gespielt haben. Es handelt eben, oder es richtet sich gegen die Medien, die sich quasi kaufen lassen, von den Major-Firmen bezahlen lassen, damit diese Medien wiederum die ABs nur was über die ABs bringen, die eben auf den Major-Firmen drauf sind. Und irgendwie das andere wird alles, das Gerät alles in Vergessenheit, über die wird gar nicht nachgedacht. Und vor allem geht es auch nicht um Qualität, sondern halt nur darum, wie viele Platten jeder verkauft hat und so weiter. Oder wie schön jemand ist, was weiß ich. Du redest von diesem Magazin, wo du auf der einen Seite die Plattenanzeige hast und wenn du umblätterst, hast du die Spitzenplattenkritik von der gleichen Platte, wie du gerade eben gesehen hast. Ja, alles klar. Okay, was da noch drauf? Ja, so ein anderes Lied, das heißt Multi-Chill. Es ist eigentlich gegen die Hip-Hops gerichtet, die irgendwie so eingeschränkt leben und meinen, die sind irgendwie die Geilsten und der Rest ist irgendwie scheißegal und die lassen sich überhaupt nicht ran. Und wir leben halt in Hamburg so, dass wir irgendwie alle zusammen Party machen, ob man sich nur als Linker bezeichnet oder als was auch immer, als Hip-Hop oder es ist scheißegal, Hauptsache man hat den gleichen Grundgedanken und wir machen alle zusammen Party oder was weiß ich, diskutieren zusammen, chillen zusammen, machen Aktionen zusammen irgendwie. Und das ist halt derbe wichtig für uns, dass irgendwie nicht so eingeschränkt alles abgeht irgendwie. Sondern, dass man irgendwie versucht, sich Perspektive zu erweitern und offen und tolerant ist. Ja, das dritte Lied ist U-Boot. Das ist der zweite Teil von Multi-Chill praktisch unter der Überschrift Untergrund. Und das richtet sich nochmal so kritisch an den sogenannten Untergrund jetzt so, an die Subkultur sozusagen, was da unter den Gruppen so falsch läuft halt. Und auch viele, dass sich viele Leute halt damit schmücken, so mit so einem Untergrund-Image, so ja und so. Wir sind nicht so Mainstream-mäßig drauf und dass da halt häufig nichts hintersteckt, so das Ding. Das ist eher Hardcore-mäßig. Euer Kostüm irgendwie oder euer Outfit, sagen wir mal euer Outfit, hat das irgendwie eine besondere Bewandtnis heute? Naja, nee. Es ist halt so, dass hier die Disco Six vorhanden ist und das ist eigentlich das Outfit von den Disco Six. Also manchmal ist es dann so, dass die abends losgehen und die Leute so ein bisschen arschen und provozieren wollen irgendwie. Und dann gehen die halt einfach so los und machen Party und alle gucken so, oh, was geht denn mit denen ab und so. Und darauf hatten wir jetzt einfach Bock und deswegen, das hat aber nichts Besonderes zu sagen. Wir chillen immer, wie wir Lust haben. Ich finde es wichtig, das nur noch mal kurz nebenbei zu sagen, weil mir geht es so, wenn ich Thomas D. sehe wie Anna und irgendwelche Grimassen schneide oder so, dass sie einfach irgendwann unglaubwürdig wirken und das ist bei euch eigentlich nicht der Fall, sagen wir mal so. Okay, kommen wir noch mal zurück zu dieser Platte. Was kickt ihr musikalisch hier drauf für Styles? Ja, das sag ich da mal. Also musikalisch haben wir uns ein bisschen erweitert. Das ist mein Mann Thorsten hier, der hat darauf Trommeln gespielt und den haben wir uns von einer Hamburger Hardcore-Formation ausgeliehen. Und ja, es ist halt irgendwie, wir sind halt irgendwie, haben ein bisschen den Horizont erweitert, haben alles mögliche an Musikrichtung gesampelt und alles zusammengepackt. Schön viele Samples und schön viel 808 und ja. Und das Coffee, die Cover, das muss ich jetzt noch mal eben ganz schnell sagen, das ist von einem Hamburger Maler, der jetzt gerade zur Zeit auf Weltreise ist. Ich weiß jetzt nicht wo, wahrscheinlich in Australien oder Nepal oder was weiß ich auch immer. Und er ist auch von den Disco Six. Ach ja, und, Entschuldigung, ganz vergessen, dazu gehört auch noch Airy, also es sind cool Kids und Airy, die haben das Bild zusammen gemalt. Und Airy ist gerade in Hamburg und dem sag ich mal eben Hallo. Eine andere Sache ist, in Hamburg startet ihr auch nie eine ganze Menge Aktionen, die so mit eurem Umfeld zu tun haben. Macht Partys und so, sagt vielleicht kurz dazu noch irgendwas. Habt ihr letzte Funk-Party gemacht oder so? Ja, das Beste wäre, wenn Martin oder Matt oder was? Ja, am besten wäre, wenn Matt oder so. Oder pushen. Augenblick, nee. Der ist gerade an den Platten. Hier, hier, hier. Nee, ja. Ja, wer jetzt? Ja, das Thema P-Funk-Party, also wir haben eine fette Party gestartet, halt, also aufgrund der Roots, das basiert eben mal, bzw. Depop-Musik basiert auf diesem P-Funk. Und dann haben wir gedacht, wir zeigen den Leuten irgendwie mal die Sample-Quellen. Vor allem hat uns eben auch gefallen, dass diese Leute so schön ausgeflippt rumlaufen und so. Alles klar, ähm, von ausgeflippten rumlaufenen Typen werdet ihr jetzt noch ein paar mehr sehen, und zwar in dem Chi Ali Video, wo auch die Beatnuts auftreten. Und, äh, das Ding ist Roadrunner im Poverty Remix. Ja.